Die Hohe Jagd ist sicher im Jahresablauf die wichtigste Messe für uns, vor allem weil wir hier auch Kontakt zu den Endkunden haben. Das diesjährige Highlight ist hier die Steyr Gams, wenn ich die kurz her zeigen kann. Hat einen extrem leichten Carbonschaft, die verstellbare Schaftbacke und was wir hier auch sehen, ist unser neuer Schalldämpfer, der Breezer 2, der noch leichter, noch kleiner und noch besser dämpfend ist. In welcher Art von Revier sie jagen und welche Wildart sie hauptsächlich bejagen wollen. Positiv wie immer. Also da kann das Ja sein wie es will, da kann die Inflation sein wie sie will, die Hohe Jagd ist offensichtlich immer ein Fixpunkt für die Leute und Stimmung ist gut, Interesse ist groß, für uns ist es einfach eine großartige Veranstaltung. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR